Tee? Nun, ich bin weit weg. Von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, Sie hatten keine Wahl, oder? Er ist tot. Das Problem haben Sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat Ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Zakajev will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben. Mit McMillan. Damals der Vater. Heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und Ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gaz. Hat er nie erwähnt. John McTavish. SAS. Scharfschützer. Sprengung. Nennt sich Sub. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest. Bleibt geheim. Außer wir haben einen Deal. Wie heißt dieses Kommando? 141... 141. 2